er kommt raus er penetriert den sound muffler und ein weg lehrt ich sehe nichts geweckt kommt wirklich raus lehrer glaube es ist soweit jetzt für was ich auch nicht ja das ist schlecht hallo meine kraft modders mit jörg und ich bin immer noch bei dem problem dann wieder vorbei und heute machen wir ich krieg ich sage in jeder folge heute mache ich das fange ich das an und jede nächste folge mache ich wieder komplett was anderes so läuft das wenn wir machen wir diese folge versuche ich mal deep storage units zu machen da das iridium für die kack solar panels noch stunden braucht oder so oder so so strongboxes und ich habe immer noch das gleiche problem ich habe keine ahnung wie man dampf von steve nichts neues haben wir ingwer weiß nicht was man dieser ein kiste von diesen anderen komikmaschinen iron dust und nickel das geht auch ok könnte man aber wir haben nicht mehr so viel eisen nein das system ist voll ja ich baue ja gerade schon deep storage für koppel und so koppel und co aber das bringt jetzt nicht wirklich ich frage mich warum ach so naja ach so ja ja das ist ein bisschen besser aufteilt hier also man musste mal diese storage disk war die fragmentieren naja was ich meine ja georg du kannst ja schon mal mir ein storage bus bauen vier stück und precision import export nein doch bitte dann so kümmer sinnlos zeug aussortieren zum beispiel diese mushrooms brauchen wir nicht auch mit zwei guten schalter nein nimm mal die ganzen rüstung und so raus ich hätte doch gerade 40 eisen im wenn wir über herrn die herrn die zauber rei nicht soll zauberrei fixerei verbrennt sie auf dem scheiterhaufen jetzt noch wüstungen braucht ihr eigentlich alle machen meine kiste länger sie können ganz eigentlich mal das raus machen ganzen pick access und so und die tetheract frames aber davon haben wir so viele können wir alle einen in lava schmeißen oder diese zombie heads weil wir haben noch einen ganzen shanklo da oder die magma creme sieht bei meinem texture pack sehr seltsam aus nicht wirklich magma creme warum hast du auch so ein komisches texture pack ja ich weiß es nicht verrate es mir es gibt sogar geblasenes glas 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 you can also schon mal plastik ups jetzt habe ich windows taste gedrückt wir haben sogar noch rohes plastik alter geil so ein stack davon irgendwie spielen meine augen gerade verrückt wie immer den streich im streicher konzert ich sehe die leise abstoffe kann auch noch aushalten minecars mein karten total wichtig das buch die köpfe müssen wir immerhin hängen das wird mir in der kopf hingen alter wenn auch noch zum pulver frisieren erstmal die köpfe auf wollen wir mal hier die reihe voll kriegen hier bei unserer weizenform oder einen kreiberkopf der sticht aber ganz schön heraus du das ist das jetzt nicht so gut georg naja naja ja was was kannst du sagen ich sag jetzt nichts ich bin ganz still was soll ich jetzt die ganze zeit reden ja aber jetzt nicht recht leon redet doch noch von daher ist es ja kein problem warum redest du noch aber ich glaube er wird er wird ja ja was wird er aber ich glaube er wird reden wenn wir ihn töten er wird den soundmuffler penetrieren richtig hart ja so wir bräuchten noch 120 so ein glasfieberkabel wir können wir können einfach in mj machen und dann in letzt und kabel nehmen davon habe ich schon ziemlich viel gemacht aus versehen i am back sagte ich bist du schon nicht ich war gerade weg gelaufen das muss uns erst mal erklären also wo war es nur die ganze nacht tim erklär mir das mal ich war traurig und habe in der männer getötet und habe eine ender perle bekommen ich habe das eine haarschaft von zwei mitgebracht ich bin viel besser ich meine ich meine eye of ender meine ich wenn ein ok leute liegst bei mir noch ich habe das abgebaut ich mache ein screenshot der künstler bei mir packt das bildvorsitzende rum hallo ich bin wieder da aaa ne warte ich mach 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 gib mal her der master muss das machen ne klapp nicht ach vielleicht eine kopfstütze abbauen geht nicht nein naja jedenfalls der selbstbesuch mit dem bett ich gehe mal raus und guckt nach dem enter drei jungs haben spaß mit im bett mit dem bett in einem bett ich gehe mal nach dem enter portal suchen unsere stromversorgung sieht auch schon wieder echt nicht so pralle aus ja deswegen brauchst du die ender perlen damit ich endlich mal hier die lava hierher verlegen kann und die ich hab schon vier zählen diese lava generatoren baut ja ja das ist gut das ist sehr vorbildlich georg wie gesagt ich gehe jetzt nach dem ender portal suchen ich habe gerade irgendwas explodieren hören ja ich auch das war ich was du gemacht ich hab creeper auch gejagt oh oh die kiste oh 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 wir haben keine kisten mehr oh scheiße wir haben aber genügend holz für holzkisten da wär ich mir jetzt aber nicht so sicher hier guck mal hier stehen schon zwei übereinander zwei große holzkisten uiuiuiui so einundzwanzig ich brauch vier vier strongboxes also noch zwei hat jetzt eine zu viel gemacht naja eigentlich schon ok perfekt 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 oh nein harten glas uiuiui hier täglich mal etwas obsidians brauche ich dann später nicht für die solarpunnelse ne ne quatsch oh ich will das noch pulverisieren oi also jetzt diesen gefüllten tesseract frame genommen ja ja den hab ich den brauche ich auch ne also gut ja du machst hier dein ding ja immer doch ich mach immer mein ding ha 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 du machst dein ding mit deinem ding also ja ein dick schlimmer bursche bin ich jetzt brauche ich 16 harten glas uiuiui das war knapp war das glas ja ne gehärtetes also genau bei dieser gelegenheit wenn wir dann hier die lava hier haben aus dem neder kann man dann so ein komisches gerät bauen was hier lava macht ne aus lava und wasser hier koppelstone cleanstone und obsidian macht ei ich bin in die spinnwebe geflogen geil ach ich weiß ich weiß mach bumm bitte 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 bumm nein der macht bumm juh hey es macht bumm das war ein bisschen spannend noch hier obsidian abbauen richtig cool leon leon hast du was dagegen wenn ich hier deine weizenfarm ein bisschen kaputt mache und neu auflege ja ja mach ruhig halt okay dann tim holmars tnt her hol mal die nuke die ja bett ist es ein 22 uhr 39 oder muss der georgia bald ins haja betchen ja sandmann ist auch schon längst vorbei hast du wieder verpasst oder was klar mensch georg tue ich doch immer fast ok ähm jetzt hat das obsidian aufgefressen jetzt hat das obsidian aufgefressen das satz es ist german crema was very good so gut deutsch oder ne ich kann mir cry plus mod installieren ach nein ach nein ach nein was kannten die eigentlich die mod die haben noch nie eine aufgesetzt unter dem wir haben immer nur gesagt ja machen wir mal da kannst du 265 x 265 große quarries bauen die unendlich viel energie akzeptieren du kannst die quarries mit glück und so verzaubern achso na das wäre natürlich cool ja ein bisschen na und du kannst flüssigkeiten abpumpen guck mal die kann man die blitz äh äh in tutorial starke sache torriere ja können wir natürlich machen aber die frage ist machen wir das also gibt sie schon für die 16 weiß ich jetzt nicht mal gucken mal gucken mal gucken so ja ein jetzt morgen härtertes glas das ist sehr wichtig so acht stück reicht für meinen zweck so 1 2 hat sich lustig an leeren wenn du so ja ähm ein geräusch des nichts wissen ach ich hatte ja acht und ich brauche ja 16 ich bin dumm ok ich habe schon gewündert gewündert gar sehr ich mich habe dann können wir noch ein bisschen herstellen ach ja das Loch in der wand wir werden das Loch in die wand gemacht kein wunder dass wir überall Creeper und so rein spazieren kommen und dann unsere rein spazieren kommen ja genau also hier ist ein sound mal warum macht die baumfarm eigentlich immer noch geräusche ja vor uns hat sie keine geräusche gemacht glaube ich report baumfarm da wo ja ich habe vier deep storage units uka aca uka apa ja wo pack ich schon die immer hin hier oben so ähm ja ich weiß nicht ich weiß nicht wenn wir den ender dragon beziehen wollen aber ich habe das hinterportal schon gefunden ja sofort rein sehr schön aber wir brauchen auch noch diese ender perlen dafür oder hier die ender augen oder so um das zu aktivieren oder äh ja da habe ich aber nur zwei gehabt genau und dann brauchen wir wieder ender perlen und ich will gerade eine enderman farm machen ja die im end ist aha ne einfach eine nicht im end gleich energistics Tim du kannst mal hier wir haben ja glaube ich so ein safari net das ist ein 4-2-4-tunnel es gibt lustige neue items bei Applied Energistics es gibt eine Kanone hm kennst du die ich habe auch eine fette Kanone wir haben voll wenig Eisen ach was you don't sign oh ok das ist ja einfach steht über meinen Namen äh x wuschel xx nein da werde ich auch als xx eh hier als george angezeigt ach Mist alles fehlt hier wir müssten mal alle den gleichen Skin dann haben wäre ziemlich geil lächer Haut nja das ist ich vertreten mich ungern häuten aber ich weiß nicht wie du das siehst ähm wie gesagt georg wie machst du das du deine Enderfarm oh lol hast du das gesehen Tim was Leon komm mal runter unser Eisen ist alle shit wissen du Leon komm mal sofort her nee komm jetzt nicht das liegt daran weil kein Wasser da ist georg bam magic ja jetzt werdet ihr das nie erfahren weil Leon zu faul war da zu sein passiert um zuzugucken jetzt habe ich das spektakuläre tausch wir nicht miterleben können guck mal der 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 die eisenbären leute ihr habt die ganzen herr die ddxp barry stingen star und hier diesen ganzen bücher und zaubertisch habt ihr nur mir zu verdanken ja ich habe mir die kohle zu hauen naja die hätte jetzt auch nicht wirklich ja mal sagen ich habe sie aufgesetzt ich merke gerade dass diese zombie köpfe ja ziemlich stören weil ich die direkt über den aufgang gebracht mensch georg tim whatever ich glaube ich muss sie noch mal abbauen wenn die jetzt kaputt gegangen wären ich hätte so gelacht also stimmt das hätte ja passieren können wegen neuer version und so wäre nicht so gut gewesen ja wie machst du deine endermann ich mache eine weizenform und weizen kommt in die kühe die werden ordentlich vermehrt und die tun dann halt naja also kleine kühe machen alter da gibt es halt eine männliche kuh und weibliche und naja die dumme kuh beide dann auf der weiblich naja dann naja müsst ihr mal im biologie eure biologi biologielehrerin fragen was da genau abgeht erkläre ich dass diese nicht alles ins detail da halt und die hier werden dann geschlachtet die schlachter tun dann diese im dingens erzeugen die im herr diese und seffens die tut einem autospaar der endermänner alter aber das ist voll und effizient das stimmt oder hast du die ganze zeit nur endermänner zuzufahren aber machen machen wir nicht im end einfach ein naja das kann auch erst mal ender perlen du mal dass die paar farben ja oberirdisch mach mal mach halt mal wir haben nur keine eilen dabei kannst du mir auch mal weiß ich brauch wieder zwölf stück zwölf weitere mitbringen die was wir machen erst die endermann-man-form fertig und dann können wir bei den tetherrack brauchen wir die energy aber ich muss jetzt aber auch leider aufhören was Tim willst du dich doch nur drücken du kannst unseres nicht verlassen doch nein 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 ey loll hau mich mal also nur mit der Faust loll der sandmuffler muffelt das auch ja aber die farm muffelt er nicht das ist so der 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 ursprüngliche grund wofür er geschaffen wurde dagegen hilft er nicht so ein Lappen nein er musste er muss weiter penetriert werden setzen wieder hin ja gut ahja er penetriert ah alter du hast mich grad voll weggekickt alter haha au stop it ich bin grad sehr konzentriert er muss mich noch mehr konzentrieren naja na dann ciao auf wiedersehen auf wiedersehen auf wiedersehen auf wiedersehen ja ich finde die Folge ist auch schon wieder irgendwie vorbei ja da kannst du ja noch tschüss tschüss sagen zu unseren Zuschauern tschüss tschüss liebe Zuschauer tschüss 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 Vielen Dank.